Es ist, aber das Ding ist, ich glaube, ich komme auch dasselbe. Wenn ich ein Jahr dann eine Garage zahle, dann kann ich es auch umhalten. Weißt du, so, dann kann ich es auch umhalten. Und eine Garage kostet da überall so viel. Wir haben jetzt eine Riesenböcke, die zahlen 50 Euro im Monat. Aber warum, weil es ja gerade so eng ist. Das Bild geht mir keiner und deswegen haben wir so eine günstige, aber die kriegst du nicht irren zu. Deswegen habe ich, wir haben ja eigentlich eine. Uns gehört ja jetzt eine. Ach so, ein Stellbrauch. Ja, aber das kostet ja richtig 160 Euro im Monat. Weißt du, ich brauche das. Deswegen will ich es umhalten. Und dann kann ich es mir anstellen, weil ich dann auch das ja vorstellbar kann. Da kriegt man keinen Winkel. Knöllgasse und steige zu 6 in Richtung Geier-Eggraben. Wenn wir das Autoverwehrme haben, das ist ungemein, weil wir gesagt haben, vielleicht brauchen wir auch ein anderes Auto. Aber ich erzähle dir das Bisschen, was wir fahren. Weitestreckungsreich in die Suche für die Kinder. Da kann der böse im Auto nachkommen oder wie auch immer. Und das geht auch. Da müssen wir halt wenige Probleme sehen. Das ist, wenn wir vergangenen, die b果pen werden. Die Bisschen, wenn wir das Autoverwehrmeisten. Das ist ja schon Wenn wir das Autoverwehrmeistert. Das ist ja schon einmal. Vielen Dank.